Innovationsmanagement ist ein großer Teil von digitaler Transformation und deshalb finde ich es ganz besonders toll, dass das Zukunftsforum Oberösterreich sich heuer mit Innovationsmanagement beschäftigt. Data Science ist ja aktuell in aller Munde. Es wird gesprochen über Algorithmen, über Machine Learning, aber es ist eben auch wichtig zu zeigen, dass Data Science mehr als eben nur dieser Spitz des Eisbergs ist und ich hoffe, dass ich es hier einen kleinen Ausblick darüber gegeben habe, was man noch machen kann mit Data Science. Die Shift beschäftigt sich im Rahmen des Zukunftsforums Österreichs mit der Unknown Future, also Dinge, die nicht vorhersehbar sind und das ist ganz ein großes Thema in der Digitalisierung, weil da beschäftigen wir uns mit Komplexität und müssen mit Dingen ins Recht kommen, die man eigentlich nicht vorausplanen kann und da möchte ich eigentlich ein Lanze brechen für das Motto experimentieren und einfach mal machen, weil es könnte ja gut werden. Ich darf im Oberösterreichischen Zukunftsforum über Ausgründungen sprechen von digitalen Unternehmen und es ist spannend, weil tolle Zuhörer da sind und viele Zuhörer da sind und es freut mich, da sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020